Heino, bittere Neuigkeiten. Liegt Ehefrau Hannelore im Sterben? Traurige Neuigkeiten von Heino und seiner Hannelore. Die Ehefrau des Schlagersängers soll im Sterben liegen. Hannelore und Heino sind seit 1979 verheiratet und seither ein Herz und eine Seele. Doch nun könnte ihre gemeinsame Zeit zu Ende gehen. Denn wie Bild nun erfahren hat, soll die Ehefrau des Schwarzbraun ist die Haselnussängers im Sterben liegen. Heino, muss er jetzt Abschied nehmen? Bereits in der Vergangenheit sorgte die Gesundheit von Hannelore immer wieder für Ärger. Erst kürzlich erzählte Heino in deinem Interview gegenüber MDR, ja, die Pflege ist sehr wichtig. Aber jetzt bin ich dabei, die Hannelore zu pflegen. Die Hannelore hatte mal in den 70er Jahren einen Autounfall gehabt, und das macht sich jetzt bemerkbar. Sie kann nicht mehr so laufen wie früher, sie hatte ihren Rollator. Aber jetzt muss ich auf die Hannelore aufpassen, das mache ich auch gerne. Punkt doch nun scheint sich der Zustand seiner Liebsten rasant verschlechtert zu haben. Wie Bild berichtet, soll Heino am Mittwoch die Dreharbeiten zur Saat 1 Schockiewes große Barzenacht abgebrochen und alle weiteren Auftritte abgesagt haben. Weiter heißt es, dass das Haus in Kitzbühel, in dem Heino und Hannelore wohnen, verlassen sein und sich der Sänger bei Freunden aufhalten soll, um Beistand zu finden. Denn für Heino stand schon immer fest, ein Leben ohne Hannelore kann und will ich mir nicht vorstellen, wie er gegenüber Bild sagte. Doch nun könnte das bittere Realität werden. Ein Freund des Paares erzählt gegenüber Bild außerdem, natürlich haben sie beide für einen Todesvoll alles geregelt. Aber Heino hat den Gedanken immer verdrängt, dass Hannelore nicht mehr in seinem Leben sein könnte. Es wird irre schwer für ihn werden, damit zurecht zu kommen. Ich und viele andere sind in großer Sorge. Immerhin steht Heino in dieser schweren Zeit nicht alleine da, sondern hat Freunde, die ihn auffangen. Doch offenbar ist Hannelores Zustand schlechter als gedacht. Wie die Bild berichtet, soll die 81-Jährige im Sterben liegen. Heino hat alle Termine abgesagt, um bei seiner geliebten Gattin sein zu können. Heinz-Georg-Kram alias Heino und Hannelore Kram, geborene Auer, sind seit 44 Jahren verheiratet. Die beiden lernten sich 1972 bei der Miss Austria-Wahl in Kitzbühel kennen. Die gebürtige Linzen war selbst als Schlagersängerin und Schauspielerin tätig. 2004 erlitt sie einen Herzinfarkt. Heino und Hannelore, 44 Jahre und zertrennlich. Kennengelernt haben sich Heino und Hannelore 1972 bei der Miss Austria-Wahl in Kitzbühel. Zu dem Zeitpunkt waren beide mit anderen Partnern verheiratet. Heino mit seiner zweiten Ehefrau Lille und Hannelore mit dem adligen Prinz Alfred von Auerzberg. Nachdem sich beide von ihrem Ehepartner scheiden ließen, gaben sich Heino und Hannelore im April 1979 das Jawohl. In einem Interview mit dem Portal Madonna.at hatte Hannelore anlässlich ihres 40 Hochzeit starkes gesagt